Max Vögel Die Zombies spawnen auch viel zu nah Bei nem Schwarm Hat aber glaube ich Left 4 Dead auch so gemacht Nee, da war Du hattest doch immer seitlich Wände Da sind die doch immer gespawnt Ja, aber Da wirkt es mehr Als würden sie wirklich aus der Entfernung kommen Ja, hier haben die häufig sehr viele Spawns Aber hier gibt es kein Mad-Kids Vielleicht oben Nö, nur ein T-Shirt Was ich mir Im Spiel noch wünschen würde, wäre halt Dass du irgendwie Feuerblutsch schalten kannst Ich habe zum Beispiel mit Doppeläufe geschroffelt und ich kann nur Beide zugleich einschießen Ich meine in den Optionen Da gibt es einen Modus wo dann halt automatisch schießt Wie zum Beispiel bei der Sniper, dann kannst du gedrückt halten Aber nicht so Ja, ich möchte gerne Dauerfeuer oder nur Dreifachschuss oder so Das ist so ein bisschen Spellort überlegt, ob er mit uns weiterspielt Ne, ich habe noch Karten ausgewählt, weil ich plötzlich alle neu auswählen musste Ah ja, weil du nachgejoint bist Die Infizierten weiten ihre Angriffe aus Ich hoffe nur, dass uns Rogers Anwesen den nötigen Vorsprung verschafft Kommt so schnell wie möglich dahin Hope One out Ich bin nur einmal kurz rausgeflogen Ja, meine ich ja Aber du bist ja kurz rausgewesen und bist ja nachgejoint Oh, ich bin zwar richtig müde Ich habe kein Klopapier Zum Verkauf Irgendwas machst du falsch mit dem Kaffee Du weißt, dass der In den Mund gehört Aufpassen Diese Treppe ist reichlich Marsch Wir können ja nach dem Moment, weiß ich gar nicht Kann man nach diesem Abschnitt aufhören? Ich glaube, du kannst immer in einen Schutzraum aufhören Nur halt, du kannst nicht dort starten Lass uns dann nach dem Abschnitt aufhören Damit du schlafen gehen kannst, Krümmel Wenn ich ja bei einer Stunde dann noch online sehe Dann gibt's Ärger Oder wenn ich CSGO-Spielen sehe Vögel Ich hab die aber auch nicht gesehen Ich hab die gesehen Dann denkst du nicht Wenn du heute Abend raus musst Viel Glück Und lass den Finger am Abzug Dass die Pistola halt auch auf der A2 ist Und ich hab die A1 Ich kann's mal mit X immer wechseln Ja, dass die Pistola eigentlich meistens auf 1 ist und dann erst immer die größer werdenden Wappen kommt Habt ihr das gesehen? Wo Rauch ist? Der ganze verdammte Wald steht in Flammen Ich kratze den Wichter an Ja, geschenkt in den Busch Lade nach! Da ist noch ein... Sackgasse! Läuft, man kann doch mit Quetzbuch klettern. Das ist ja mal angesehen. Irgendwas ist hier noch. Da! Seht ihr da? Spendet! Hm, hm. Oh. Da sind Vögel. Mhm. Danke, Dank! Hier entlang! Ja, ich bin festgehalten. Seht ihr's? Ich wäre froh, um die Infos anzuschauen. Aber wie ich uns kenne, ignorieren wir sie. Genau, was ich brauche. Genau, was ich brauche. Ich hab nur so dumm geschaut hinter. Da drüben! Vögel! Ja, Sackgasse! Ja, du musst genau die Vögel füllen. Genau das Begriff. Was ist das? Da kommt ein Talboy! Da sind Vögel! Wie ist das passiert? Gerade noch ist alles gut. Und dann ist das die neue Normalität? Nichts als Lügen der Medien und Regierung. Isolierte Fälle, kein Grund zur Besorgung. Es wird verschwinden. Die Menschheit war selbst ihr Amsterfeind. Noch ein Talboy. Talboy! Wer hat Lust auf ein Barbecue? Sechs nicht, Leute! Gerade nach! Poltinfiziert? Im Studium hätte ich nie gedacht, dass ich so was mal mache. So gut machst du Hausbesuche. Heute ist ein Glückstag, HR. Ein Prümel hinter dir. Oh, hab ich dir den Tag versaut? Meint dich, man... Kommts halt nicht wirklich so mit. Und du geprügelt wirst. Du musst nachladen! Ja. Außerhalb, du hättest dich langsam unterwegs. Ja, aber das ist... Das ist nämlich nach vorne. Ich hab Leute hinter mir drauf. Ja, und dann sollen wir dir in den Rücken schießen. Ja. Ja, ist nicht so schlimm. Wir machen eigentlich gar keinen Friendly Fire. Also unsere... Projektile schaden eigentlich niemanden. Nur den Feinden. Wir haben Prümel schon auf den Motor. Ja. Nicht nur einmal. Ach, Türalarm! Prümel, Türalarm! Tür-Alarm! Ich geh rein. Ja, wir gehen am besten alle rein. Das ist ja bestimmt was du bist drin. Ja, trotzdem... Könnt'n ja auch erstmal sauer machen können bei seiner Umgebung. Ich könnt wohl etwas Hilfe gebrauchen. Nee, ist nichts Gutes drin. Ja, Spellard hat schon gebootet. Ja, das ist noch die Kasten. Schont die Reserven! Nutzt den Erste-Hilfe-Kasten! Ja, wir haben Herr Erste-Hilfe an der Seite. Ja, siehst du denn das? Na, sieh mal zu! Ja, wir hatten die Tür auch aufgemacht, aber... ne? Ja. Ja. Ja, das steht aber im Probit. Mich einfach so... Oh, guck mal, ein Alarm! Ach, ich aktiviere den einfach mal. Während alle übers Feld verstreut sind. Hier ist noch eine kostenlose Ladung. Hier ist noch eine kostenlose Ladung. Wir sollten weiter. Wir waren doch alle in der Linken. Krümmel? Ja. Eilen? Ciao. Hat jemand ein paar Kugeln übrig? Ich hoffe, am Ende des Achses noch jemanden opfern. Was? Was? Ich weiß auch nicht wem. Das schmeckt dir das? So, links, 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 links! Hey, 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 hey! Das darf nicht für ewig sein. Lade nah! Hier lang! Krümmel? Du bist schon wieder an den Vögeln total dicht vorbeigelaufen. Und? Hat sie jetzt nicht gejuckt, oder? Ja, weil du Glück gehabt hast. Wie? Das nächste Mal sagen dir Bescheid. Ja, nie wieder in einer 12-Stunden-Schicht mit Krümel spielen. Das klappt echt nicht so gut. Voll wohl. Man könnte denken, das Rastklo sieht so aus wegen der Apokalypse, aber so sehen wir immer aus. Du musst das verarztet. Ich heil mich mal. Dann nehme ich den Pferd bitte mit. Lade nach! Oh, ich habe glaube ich einen Tallboy gesehen. Ah ja. Ja. LNG! MP! Keiner leer! Könnte nützlich sein. Hat jemand noch ein Docking? Verschlossen. Nein. Nope. Guck mal, Spielplatz, Leute. Platz. Ja. Gib den kleinen Kindern Kaffee. Na, Kind? Möchtest du mal richtig viel Spaß auf dem Spielplatz haben? Abgesiegte Schmutzplitte hier! Dann nukken wir hier in der Kanne. Ja. Sag ich. Möchtest du etwas über Anakomie wissen? Kann man hier rum? Ja, da ist auch gut was. Ja? Ich will rutschen. Ich habe Berichte von einer Horde impizierten Dämmi. Oh, man kann jetzt nicht hin. Voll geil. Voll geil. Nix! Nix! Unterhellung, Fälle passieren! Corde! Corde! Geht der Rutsch! Ich geschämmer ne Rutschung. Leiblich! Gäste in Deckung! Hm. Money wird knapp. Haha, dieses Zeug rennt. Ich geh' nochmal nach oben. Ich geh' nochmal nach oben. Stopp. Rutsch. Das muss ich verarscht besuchen. Na, sieh' mal einer an. Hier ist doch ne MP5. Wobei, ich glaub' ich nehm' die. Haha. Stopp, man. Mach' das nochmal und ich kill' dich. Ich glaub', ich hab' den Weg gefunden. Und es gehen nie die Kugeln aus. Vielleicht gehst du mal vor. Runter. Schnappladen. Rot. Rot. Check das Auto. Man weiß nie, wann man sowas braucht. Brauche Munition. Checke das Fahrzeug. Halte durch. Ich helfe dir. Bing, bing. Wir haben einen Gewinner. Würd' dich küssen, wenn du's nicht wärst. Mal sehen, was hier drin ist. Da kommen wir nicht hoch. Was das lässt? Zerstöre das nix. Check das Auto. Doch, da kommt ein durch. Hier lang. Ja. 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 Wo haben sie nur den Süßkrank verstellt? Hey, mal halb lang. Zurück. Nein. Boah. Ne, ich hab'n geschlagen. Hier müsste sicher sein. Hört mal. Da kommt was. Da kommt was. So, hier ist noch ne Tür mit Alarm. Ich dachte, der Ärzte soll im Schmerz flindern und nicht zugrufen. Leider nach! Ach. Noch einer von den... Nein, kommt auf Muni übte. Schlagen wir ein paar Schädelein. Los geht's! Runter! Die wird raus, ist voll gut. Gott, noch mehr von den Dingern. Das nehme ich. Das lebt los. Kommt raus. Ich bin genug. Sieh, Bad. Ach, das ist nicht gut. Nettes Schwimmbad. Wir trachten einfach zu knacken. Toll. Da, ich ihn wieder füße. Ich habe nichts gemacht. Der hat irgendwie den Zaun gespuckt und nicht durchgekriegt. Ich bin nicht durchgekommen. ockt. Ach. Das ist zerstört. Ich habe nichts gemacht. Küll mir wahr. Die rennt hier rum und zerstägt alle Sachen schon und holt die Horden. Krümel! Warum fasst du Sachen an einfach? Ich fass den Dinger an, ich schlage Dinger. Nächste Horde! Lass uns hier reingehen. Ja, ich bin auch dafür. Geil, Krümel läuft in meinen Schuss rein. Greifer. Nimm das! Ich nutze Pipe. Wie geht ihr? Ihr Muni! Missionsvorrat entdeckt! Im Studium hätte ich nie gedacht, dass ich so was mal mache. Hä? Hab ich das gesagt? Ja, weil die zu unpräzise sind, wenn du nicht zielst, gern? Ne, die RPM meinst du? Also die leichten MGs, die größeren. Das ist korrekt. Ja, ich hab... Die sind zwar, aber die brauchen halt lange zum Nachladen und... Einfach so schießen ist halt hohe Streuung. Ich wusste nie, wie viele Menschen hier leben, wenn du da auch... ...beschlossen, mich fressen zu wollen. Dann werden sie aus irgendeinem Grund präziser. Also da hab ich auch grad nur... Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann bleibt noch die Sache, dass du dann ewig nachladen darfst. Vielleicht liegt auch ein Mod, den ich drauf hab? Aber ich seh das grad nur so, da ich mir so... Das sollte eigentlich nicht sein. Tschüss Mods. Saubere Arme. Ich hab auch keinen abbekommen. Gut so. Ja, was? Willst du schlafen gegen Krümel? Ja. Und wenn ich jetzt nein sag? Fürs Team. Ich glaub sie ist schon durch. Sie ist schon weg. Alle vier. Durch, nicht weg. Achso, nach acht Jahren deabonnieren. Du meinst defollow. Keine Ahnung, wie man jetzt hier rauskommt. Escape und dann halt... Event. Aber ich würd' das bewahrten, bis die nächste Ack geladen ist. Ja. Ob mich das irgendwas passiert. Weil dann ja der Startpunkt freigeschaltet wäre auch. Wobei wir einfach nur den Durchlauf starten müssen. Boah, aber Hütte am See, das hört sich doch so spannend und interessant an. Der Krümel ist schon verlassen. Der Krümel ist schon verlassen. Hat schon verlassen. Zumindest steht das bei mir. Der Krümel ist zu 95% schon im Bett. Mit einem Fuß. vom... Das stimmt sogar, weil ich mittlerweile meine Tastatur und meine Maus rüber ins Bett getragen hab und nur den Bildschirm rumgedreht hab. Boah, das erklärt so viel auf einmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.